Ja, die wieder löschen wir es. Bastian! Schmeiße ihn um! Schmeiße ihn um! Schmeiße ihn um! Mama, ich kann nicht, dass ich... Aber lass mich nicht nach hinten fallen. Okay. Das war eine doofe Idee! Oh Mann! So weh der Katz! So weh der Katz! Oh Mann! Nein! Nicht auf die Seite! Warte, ich hab einen Achmerkopf! Hui! Das meinte ich nur! Luftschwerte! Ja, sie richten mir doch mal nach hinten! Aber wirklich jetzt! Wie kriegen wir ihn wieder aus? Oh, meine Füße! Oh, meine Füße! Oh, da darf ich auch noch hinten! Oh nein, da darf ich noch hinten! Oh nein, da darf ich noch hinten! Lieber auf die Seite! Und auch lieber auf die andere Seite! Oh nein, da darf ich noch hinten! Ja, natürlich nicht so! Und ich habe noch einen Aufmerksamkeit! Und ich habe noch einen Aufmerksamkeit!